Papa, ich habe eine Lösenhütte gebaut. Ich habe den Kurs ausgepackt. Ich habe ihn in die Familie geballert. Ich habe einen Kurs mit Fischlamm. Ich habe den Kurs gemalt. Okay. Ich habe ihn nicht aus der Wände gepresst. Bitte was? Ich habe eine Lösenhütte gebraten. Ich habe ihm was mit der Bahn gemacht.